In dem heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr hier so einen schicken Login-Screen machen könnt, womit ihr euch sogar mit Face-ID eindoggen könnt, wie ich das hier gerade gezeigt habe, euch wieder ausloggen könnt oder halt zum Beispiel auch per Passwort eindoggen könnt. Ihr bei einem falschen Passwort auch noch eine Meldung bekommt, zum Beispiel falsches Passwort, und wenn ihr das Richtige eingebt, euch auch eindoggen könnt. Kleiner Hinweis noch, falls ihr noch keine App in SwiftUI programmiert habt, schaut euch erstmal eins meiner Anfänger-Tutorials an. Ich blende es euch oben rechts ein. Ich werde jetzt hier nämlich nicht auf jede Kleinigkeit eingehen, wie SwiftUI funktioniert. Das heißt, man sollte schon mal ein, zwei Apps in SwiftUI programmiert haben, bevor ihr hier euch dieses Tutorial angucken solltet. Ich würde aber trotzdem alles so gut wie möglich erklären, werde aber nicht auf jede Kleinigkeit eingehen, die man erklären müsste, wenn ihr zum ersten Mal eine App programmiert. Dafür habe ich hier oben rechts schon ein Video gemacht. Okay, fangen wir einmal an. Ich habe jetzt hier schon mein Projekt angelegt. Hier können wir jetzt wieder den Standard-Qual-Code einmal rauslöschen. Und was ich einmal mache, ich benenne die Content-View zu einer Login-View um. Und mache einmal hier Login-View draus. Und hier unten einmal. Und ich gebe hier einmal kurz Hello World aus. Okay, damit können wir jetzt schon mal anfangen. Das ist jetzt hier unsere Haupt-View, sage ich jetzt mal. Und wir werden auch gleich noch ein paar Unter-Views erstellen, einem View-Model. Wie gesagt, einmal eine Verbindung zum Backend, was aber erst im nächsten Video kommt. In diesem Video machen wir aber auch noch die Face-ID-Anbindung. Und einmal die Speicherung von dem Benutzernamen. Und das heißt, wenn wir die App ein zweites Mal öffnen, dass der Benutzernamen schon mal vorgegeben ist. Und man nur das Passwort eingeben muss. Und man dann halt optional mit Face-ID sich einloggen kann, sobald man sich einmal bereits eingeloggt hat in die App. Okay, bevor ich jetzt hier anfange, mache ich jetzt erstmal mir ein neues View-Model. Dafür mache ich hier eine neue Swift-Datei. Und ich muss hier auch noch diese Swift-Datei umbenennen. Und nenne das einmal Login-View-Model. Hier den nenne ich auch noch um zu Login-View. Und das L noch groß. Und hier bei diesem Login-View-Model mache ich mir jetzt einmal eine neue Class. Login-View-Model. Die muss Observable-Object sein. Falls ihr nicht wisst, was View-Models sind, habe ich hier rechts oben auch ein Video. Das binde ich einmal ein. Das könnt ihr euch auch im Anschluss angucken. Da gehe ich mal etwas genauer darauf ein, wie View-Models funktionieren. Und warum man View-Models benutzt. Ich kann es aber einmal noch mal kurz zusammenfassen, während ich hier einmal die Variablen schon mal hinschreibe. Mit View-Models möchte man erreichen, dass man einen Teil oder seine Hauptlogik von einer View nicht in der View selber schreibt, sondern in einer extra davor gesehenen Klasse, damit man nicht seine Hauptlogik als in der View hat und die View übersichtlicher bleibt. Und vor allem, dass die View auch keine Abhängigkeiten zur Logik hat. So, ich habe mir erst mal schon mal das View-Model hier angelegt. Hier kommt natürlich gleich noch mehr rein, aber ich wollte das jetzt hier nur schon mal angelegt haben, dass wir es hier weiter benutzen können. Und hier mache ich mir jetzt einmal ein State-Object von diesem View-Model und nenne das auch Login-VM für View-Model und lasse mir das auch hier direkt erst mal erstellen. Oh, hier fehlt noch ein Wahr. Okay, jetzt haben wir schon mal unser View-Model, wo jetzt unser User-Name drin steht und unser Passwort. Und wir machen jetzt hier mal weiter. Als nächstes legen wir jetzt hier eine eigene View für die Eingabe von dem Passwort und von dem Benutzernamen verantwortlich ist. Und zwar nenne ich die Login-Inputs. Ich mache die hier auch einmal private, dass die von außerhalb erst mal nicht verfügbar ist, sondern nur hier intern benutzt werden kann. Und mache einmal eine neue View. Auch wieder mit Wahr-Body. Und hier schreibe ich jetzt auch erst einmal wieder Hello World rein und rufe jetzt die View hier einmal auf. Und diese bekommt auch mein Login-View-Model, weil wir müssen jetzt das Passwort und den Benutzernamen in dieses View-Model irgendwie später reinschreiben. In dem Fall darf das jetzt aber nicht State-Object sein, sondern Observed-Object, weil hier diese View nicht dieses Objekt verwaltet, sondern nur eine Referenz davon hat, also einen Verweis hat. Deswegen müssen wir ja nur den Typ angeben. In dem Fall ist das jetzt ein Login-View-Model. Und hier müssen wir das jetzt einmal übergeben. Und soweit schon mal so gut. Und in dieser View haben wir jetzt einmal ein V-Stack mit einem Eingabe-Fenster, was ich jetzt gleich auch programmieren werde, mit Login-User-Name und einmal Login-Passwords. Bzw. wir können es auch ein bisschen umbenennen. Wir machen hier einmal Username-Text-Field draus und einmal Password-Text-Field. Hier übergeben wir jetzt gleich einen Binding-String. Aber dazu komme ich gleich, wenn ich die Views erstellt habe. Ich fange erst einmal mit dem Username an. Deswegen kommentiere ich das aus. Und mache hier wieder eine neue Private-Struct-User-Name-Field von Typ View. Und mache hier wieder ein Var-Body-Sum-View rein. Und mache jetzt hier schon mal, wie versprochen, den Binding-Var-User-Name vom Typ String. Hier übergebe ich jetzt mal nicht das komplette Login-View-Model. Aus dem Grund, weil hier bei diesem Login-View-Model hätten wir jetzt auch Zugriff auf das Passwort. Hier dieses Text-Field soll aber keine Berechtigung, sage ich das mal, haben, irgendwie auf das Passwort zu sehen oder andere Aktionen zu machen. Deswegen übergebe ich jetzt hier nur den Username. Theoretisch könnte man das gleich jetzt auch bei dem Login-Input sagen, dass wir hier nur den Username und das Passwort eingeben. Und man dann keine Berechtigung hat, irgendwie auf Einloggen zu drücken. Aber in diese View werde ich später wahrscheinlich auch den Anmelde-Button und den Face-ID-Button reintun. Deswegen habe ich hier schon mal das komplette Login-View-Model übergeben. Hier bei dem Body tue ich jetzt erst mal wieder nur einen Text rein mit Hello World, das alles kompiliert. Hello World müsst ihr jetzt nicht immer schreiben. Ich halte das jetzt nur, dass man das hier sieht, dass sich irgendetwas tut oder dass noch was angezeigt wird. Und hier übergebe ich jetzt einmal den Binding-String. Und wenn jetzt hier rechts die Preview lädt, was ihr gerade noch nicht tut. Ah, ich muss den Binding hier vorne übergeben. Dann wird jetzt auch Hello World angezeigt. Als nächstes kommt jetzt hier ein H-Stick rein, weil wir wollen jetzt hier einmal auf der linken Seite ein Icon haben, wo eine Person drauf ist. Und auf der rechten Seite einmal ein Eingabefeld für den Benutzernamen. Für dieses Icon können wir das Image benutzen und können jetzt hier ein System Name machen und dann einmal Person hinschreiben oder Person, weil es eigentlich auf Englisch ist. Und wir sehen jetzt schon, wir haben jetzt hier einmal eine Person. Ich kann ein bisschen ranzoomen, dass man es besser sieht. Okay, aber man sieht, glaube ich, dass es eine Person sein soll. Und wir machen jetzt einmal ein Text-Field. Einmal mit Benutzernamen. Und wir übergeben jetzt hier als Binding-String auch wieder unseren Username. Können jetzt hier einmal rauszoomen. Und jetzt haben wir hier das schon soweit. Die Tastatur wird jetzt hier nicht richtig angezeigt. So, jetzt ist es richtig. Und hier können wir jetzt einmal einen Benutzernamen eingeben. Ich mache jetzt hier noch ein kleines Padding hin. Mit, wir können das mal ausprobieren, 5. Ich glaube, 5 ist vielleicht noch ein bisschen klein. Machen wir mal 10. Da es hier ein bisschen Abstand ist, das ist jetzt nicht so nah dran. Das kann man hier mit einem Padding, Leading und dann jetzt einen beliebigen Wert machen. Ich habe jetzt mal 10 genommen. Okay, das gleiche machen wir jetzt auch einmal für das Passwort-Feld. Da lege ich jetzt nochmal eine neue View an. Passwort, Text-Field. Das ist dann hier nicht der Username, sondern Passwort. Passwort und hier übergebe ich dann auch Passwort. Bei dem Icon nehme ich dann nicht Personen, sondern einmal Log und hier natürlich dann Passwort. Jetzt ist es aber ein bisschen doof, wenn er das jetzt hier alles geladen hat. Das Passwort-Feld hat ich hier auskommentiert. Muss ich erst wieder einkommentieren. Und hier übergebe ich auch als Bein den Login-View-Model-Passwort. Das Problem ist jetzt beim Passwort, wenn ich jetzt hier mein geheimes Passwort eingebe, dann ist das nicht ganz so geheim, weil das kann jeder sehen. Dafür gibt es eine Komponente und zwar das Secure-Feld oder Secure-Field, Englisch-Aussprache, womit wir hier nur Sternchen sehen, also keine direkte Eingabe haben. Okay, jetzt werden hier beide Sachen schon mal angezeigt, aber uns fehlt jetzt hier noch ein Anmeldeknopf. Den werde ich jetzt hier reinfügen, werde das aber auch als eigenes Feld machen, als eigene View machen. Deswegen mache ich hier einmal Private-Struct-Login-Button. Wir wollen jetzt als nächstes hier erstmal die Abstände ein bisschen besser hinbekommen. Das Problem ist jetzt, dass halt dieser Benutzernamen halt entweder nach ganz links geht und das Passwort auch bis nach ganz links und der Anmeldeknopf bis nach ganz rechts. Das sieht jetzt aber nicht so schön aus, besonders am iPad wäre das noch etwas doofer. Deswegen wollen wir diesen Login-Input einmal auf eine feste Größe setzen, weil das Eingabefeld soll halt immer nah beieinander sein und dafür eignet sich hier am besten ein Frame. Ich mache dafür jetzt keine Paddings links und rechts, weil je größer das Gerät ist, desto größer müssen auch wiederum die Paddings sein, dass es halt immer nah beieinander ist. Deswegen mache ich hier einmal ein Frame mit einer Max-Width, also einer maximalen Breite von 300. Wir werden jetzt hier mal gucken, ob 300 gleich reicht oder ob das noch ein bisschen größer oder kleiner sein muss, nachdem wir hier die ganzen Paddings zwischen den Fenstern gemacht haben und das noch alles verschönert haben. Gehen wir einmal, fangen wir beim Verschönern jetzt erstmal mit dem Login-Text an. Hier machen wir einmal bei Fonts Headline, damit die Schrift schon mal was dicker ist. Außerdem wollen wir den Foreground von der Schrift weiß machen. Jetzt sehen wir natürlich den Hintergrund nicht mehr, weil wir machen jetzt den Punkt Background, Punkt Black, oh, das war Blue, Black. Wir haben jetzt aber noch das Problem, dass das zu klein ist, dieser Text, und auch nicht abgerundet. Deswegen machen wir vor dem Background einmal ein Padding. Hier sieht er schon mal was größer aus. Und wir machen jetzt noch am Ende ein Corner Radius von 15. Jetzt haben wir schon mal unseren Anmeldeknopf fertig. Als nächstes passen wir jetzt noch einmal unseren Benutzernamen an und einmal unser Passwort. Unser Benutzername bekommt erstmal ein Padding. Genauso wie unser Passwort hier unten. Das können wir auch gleich noch etwas schöner machen, dass das nicht doppelt ist und bei den Feldern immer gleich ist. Und wir machen jetzt nochmal ein zusätzliches Padding auf die Horizontal. Hier fehlt ein Punkt. So jetzt, was passiert? Funktionierst du noch? Du funktionierst noch. Funktioniert alles? Okay, funktioniert noch. So, das sieht jetzt aber hier noch nicht ganz so schön aus, weil es ist hier so ein bisschen freifliegend. Man hat jetzt keinen Hintergrund. Dafür bietet sich jetzt das neue Mal für so ein Design an. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dafür lege ich jetzt einmal eine neue Datei an. Für View Extension nenne ich die immer dann meistens, weil wir machen jetzt eine Extension für die View. Dafür schreiben wir einmal Extension View und binden hier oben noch SwiftUI ein, dass er auf die View Zugriff hat oder weiß, dass es diese View gibt. Und wir machen jetzt hier eine Funktion, die wir Neumorvism Style nennen. Und hier machen wir einmal einen Rückgabewert noch von SomeView. Und jetzt können wir hier einmal auf Self zugreifen, ein Background hinterlegen. In dem Falle mache ich den jetzt White. Einen Corner Radius setzen und setze den auf 25. Und wir machen jetzt noch ein Shadow mit der Color Radius. Erstmal Black.Opacity von 0,2. Und setze jetzt einen Radius von 10. Und das Ganze ist aber noch auf der X- und Y-Achse versetzt von 10 und 10. Die ganzen Werte habe ich jetzt schon mal rausgesucht, sodass ich das jetzt in dem Tutorial nicht ausprobieren muss. 25 sollt hier rein. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich direkt auf die Werte komme. Ich habe dafür jetzt auch kein Naturtalent, sondern habe mir die vorher alle schon mal aufgeschrieben. Und jetzt haben wir eine View Extension, die wir überall in unserem Projekt hinzufügen können, womit wir eine View in dem Neumorvism Style anzeigen können. Und zwar ist das in dem Falle unser Login Input. Dafür geben wir hier unten, wo unser V-Stack ist. Und können jetzt hier diese Methode, die wir gerade geschrieben haben, Neumorvism Style aufrufen. Wie wir sehen, ist das jetzt im Neumorvism Style. Sieht aber noch nicht perfekt aus, weil das jetzt hier genau Kante an Kante geht. Um das ein bisschen schöner zu machen, machen wir hier erstmal ein Padding noch, um Abstand zu haben. Und machen hier nochmal ein Padding. Ist jetzt aber ein bisschen klein geraten. Deswegen erhöhe ich jetzt hier einmal die Größe auf 400. Das sieht jetzt schon was besser aus. Probieren wir mal 350. Und wir können hier noch eine 350. Und wir schauen uns das jetzt einmal auf verschiedenen Geräten an. So, wir sehen jetzt hier einmal zwei Geräte. Ich bin einmal auf einem iPhone 14 Pro. Und wir sehen, das Fenster sieht perfekt aus, auch wenn ich das in die Horizontale mache. Okay, auf Kopf geht es oder so nicht bei iPhone. Und auf dem iPad sehen wir auch, wir haben hier eine perfekte Benutzereingabe. Und auch wenn ich das rotiere, sieht das in allen Ebenen gut aus. Soweit so gut. Ich beende hier einmal die Apps, weil wir jetzt hier weitermachen. Hier zeige ich aber wieder ein iPhone 14 an, weil mir das iPad zu groß ist, um das hier anzuzeigen. Wir haben jetzt hier einmal die UI fast fertig für den ersten Entwurf. Als nächstes machen wir jetzt einmal eine Anmeldefunktion, wo wir den Benutzernamen speichern. Und wenn wir die App einmal neu starten, dann wird wieder der Benutzernamen angezeigt, sofern wir uns einmal davor richtig eingedockt haben. Dafür mache ich so einen kleinen Mock, da ich keinen Rest-Service habe. Damit die Daten validiert, mocke ich das erstmal. Wie gesagt, das kommt dann im nächsten Video, wie man die Verbindung zu einem Rest-Service macht. Ich bereite jetzt hier aber erstmal was vor. Und zwar benötigen wir jetzt hier einmal eine Funktion, die Login heißt. Hier müssen wir jetzt keine Parameter übergeben, weil unseren Username und unser Passwort haben wir hier schon einmal. Wir machen hier auch direkt erstmal einen Rückgabewert und zwar von Login-Error. Login-Error ist aber ein eigener Enum von uns, den ich jetzt mal hier oben anlege, beziehungsweise ich lege den woanders an, weil in dieser Login-Methode werden wir jetzt einmal einen Login-Händler machen, aber nur ein Protokoll davon und ein Mock, weil wie gesagt, der echte Zugriff auf den Rest-Service, der kommt erst im nächsten Video. Dafür mache ich jetzt hier eine neue Swift-Datei wieder. Einmal von Login-Händler. Und hier werden wir jetzt ein Protokoll anlegen. Das verschiebe ich noch hier rein. Hier legen wir jetzt ein Protokoll an von Login-Händler. Und in diesem Protokoll machen wir einmal eine Funktion mit Login, mit einem Username und einem Passwort. Und diese Funktion gibt uns jetzt einen Login-Error zurück. Diesen Login-Error müssen wir hier oben aber erst noch deklarieren. Ich mache jetzt hier einmal Enum-Login-Error und mache jetzt hier verschiedene Fälle rein, und zwar einmal der Standardfall ist None. Und einmal Case Invalid Password. Wir werden hier gegebenenfalls später im nächsten Tutorial noch ein paar mehr ungültige Sachen machen, zum Beispiel irgendwie keine Internetverbindung oder sowas. Aber für dieses Tutorial reichen jetzt erstmal die beiden Fälle. Und wir werden jetzt hier einmal einen Mock anlegen. Login-Händler-Mock. Das hat nämlich jetzt den Vorteil, dass wir das so machen. Ein Protokoll beschreibt nämlich nur eine Schnittstelle, und zwar, dass wir hier diese Login-Methode in unserer Klasse hier unten benötigen, sobald wir hier das Interface einbinden. In View-Model werden wir nur das Protokoll benutzen und übergeben den Mock in das View-Model rein. Später können wir nämlich dann einfach unser Mock gegen eine echte Klasse austauschen. Ich mache jetzt hier einmal eine Standard-Abfrage rein, und zwar Username ist gleich 123. Ah, nicht 123, das Passwort soll 123 sein, der Benutzername soll Nico sein. Und wenn das übereinstimmt mit dem Passwort, 1, 2, 3, dann machen wir einen Return.non, also wir haben keinen Fehler. Im anderen Fall machen wir einen Return.invalidPassword. Diesen Login-Händler werden wir jetzt in unserem View-Model benutzen. Ich brauche hier erstmal einen Return.non, dass das funktioniert. Und hier machen wir eine Privates war Login-Händler von Typ Login-Händler. Jetzt brauchen wir aber auch einen Konstruktor, wo wir diesen Login-Händler übergeben. Wie gesagt, ganz wichtig, das soll hier nur das Protokoll sein. Das heißt, hier muss das PR davor stehen für Protokoll. Oder in anderen Programmiersprachen nennt man es auch Interface. Und wir weisen diesen Login-Händler unserer Instanz Variable zu. Diese rufen wir jetzt hier einmal bei Login auf. Let error ist gleich Login-Händler.login. Und wir übergeben hier einmal unseren Username und unser Passwort. In dem Falle, da das jetzt einmal hardcodiert ist, kriegen wir immer nur dann einen gültigen Login, wenn der Benutzernamen Nico ist und das Passwort 123. Hier können wir eigentlich direkt auch einen Return machen, beziehungsweise wir machen hier erstmal keinen Return, sondern wir schreiben das so, weil hier kommen jetzt gleich noch ein paar Zeilen dazwischen, die wir brauchen, um einmal das Passwort und den Benutzernamen zu speichern. In unserer Login-View müssen wir jetzt hier aber noch einmal unser Mock übergeben, Login-Händler-Mock, der das Ganze für uns simuliert, also unseren Rest-Service simuliert. Jetzt sollte das Einloggen schon mal funktionieren. Problem ist aber, wir können das Ganze noch nicht testen, weil aktuell passiert ja noch nichts, wenn wir uns einloggen. Dafür schreiben wir uns jetzt ein App-State, das heißt, ich mache hier wieder eine neue Datei rein und mache einmal App-State und im App-State hinterlegen wir jetzt gewisse Funktionen, beziehungsweise eine Klasse, die uns verschiedene States zur Verfügung stellt. Und wir müssen hier noch Swift, wo war das ein bisschen, und der App-State ist auch ein Observable-Object und hat eine Variable, istLoggedIn und die ist standardmäßig False als Environment-Object an unsere ganzen Views. Was eine Environment-Variable ist, hatte ich hier oben rechts in dem Video auch noch mal erklärt. Ich fasse euch das aber auch noch mal zusammen. Und zwar gehen wir hier in unsere Haupt-App und wir legen jetzt hier erstmal eine State-Object private-Variable an von App-State und diese übergeben wir jetzt hier als Environment-Object an unsere View. Alle unteren Views können jetzt auf diese App-State zugreifen, indem wir einfach schreiben, at Environment-Object war App-State, weil jetzt erkennt Swift im Hintergrund, dass dieses Objekt und das andere, was wir gerade übergeben haben, die gleichen sein sollen. Und wir können jetzt auf diesen Status von isLoggedIn zugreifen. Ich schreibe das jetzt mal hier in die Button-Action rein. App-State.isLoggedIn soll gleich sein login-vm.login und wenn das Ganze ich schreibe das mal lieber in zwei Zeilen letError und wenn jetzt unser Fehler non ist, dann sind wir eingeloggt. Oh, warum geht das nicht? Achso, ich muss zwei gleiche Zeilen schon machen. So jetzt. Und wenn jetzt unser Error non ist, dann sind wir eingeloggt und unsere Haupt-View erkennt, dass wir eingeloggt sind. Hier erkennen wir jetzt, dass wir eingeloggt sind. Da hier das ja ein Observable-Object ist und die eine Published-Variable hat mit isLoggedIn und auf diese können wir jetzt hier abfragen. if .isLoggedIn als das Ich mache jetzt hier noch ein Ausrufezeichen davor, das ist der erste Fall, wenn wir nicht eingeloggt sind, am Anfang sind. Solange wir jetzt nicht eingeloggt sind, sehen wir unsere Login-View. Im anderen Fall, wenn wir eingeloggt sind, machen wir hier einmal einen Button hin, mit der Caption ausloggen und hier greifen wir einfach auch auf unseren App-State zu.isLoggedIn und setzen den auf False, wenn wir auf Ausloggen geklickt haben. Dann wird uns auch automatisch wieder die Login-View angezeigt. Das Ganze können wir auch einmal testen. Wenn ich jetzt Nico und das Passwort 123 eingebe und ich klicke auf Anmelden, jetzt sehen wir unseren App-Screen, wo jetzt eure ganzen anderen Views wären. Ich habe jetzt hier nur unseren Button mit Ausloggen und wenn ich auf Ausloggen klicke, komme ich wieder zurück zur Benutzereingabe. Als nächstes wollen wir es jetzt aber noch so machen, dass wenn wir uns richtig eingeloggt haben, dass unser Benutzername gespeichert wird, sodass wenn wir Ausloggen klicken, dass wir erstmal nur wieder unser Passwort oder dass wir noch unser Passwort eingeben müssen. Damit wir aber unser Passwort und unseren Benutzernamen speichern können, brauchen wir die Keychain am besten. Die Keychain ist so etwas ähnliches wie Core Data, wo wir Daten speichern können, nur werden diese auch gut verschlüsselt, was beim Benutzernamen und beim Passwort auch sehr wichtig ist. Bei Core Data kann man auch eine Verschlüsselung einstellen, aber da es hier nur einzelne Werte sind, lohnt sich dafür jetzt nicht extra Core Data Objekte zu machen. Deswegen benutze ich dafür jetzt einfach die Keychain. Dafür gibt es auch einen Keychain-Wrapper, den ich in diesem Video benutzen werde. Den hatte ich hier schon mal eingebunden. Den findet ihr bei GitHub. Da könnt ihr euch einmal die Adresse von dem GitHub-Repository kopieren. Geht hier oben auf eure App drauf, scrollt dann etwas weiter nach unten und jetzt könnt ihr hier Frameworks und Libraries hinzufügen. Geht hier einmal auf Add Other, Add Package Dependency, gebt jetzt hier oben die URL ein und könnt jetzt das Package hinzufügen. Wie gesagt, in meinem Fall ist das jetzt schon einmal hinzugefügt, deswegen kann ich es nicht mehr hinzufügen. Und wir können jetzt, wenn wir hier bei Import draufgehen, Swift's Keychain-Wrapper hinschreiben. Wenn das funktioniert und ihr könnt noch kompilieren, dann hat das bei euch funktioniert. Damit wir jetzt Werte speichern und lesen können, benötigen wir für jeden Wert, den wir speichern, zum Beispiel Username, einen Schlüssel, mit dem wir an den Wert drankommen und den Wert lesen können oder schreiben können. Dafür haben wir hier einmal eine Extension von Keychain-Wrapper.key und schreibe jetzt einmal Static-Let's-Key-User-Name. Das ist jetzt unser Schlüssel, um an den Username dran zu kommen. Der ist vom Typ Keychain-Wrapper.key und hat einmal Username als Wert. Das gleiche machen wir jetzt auch nochmal fürs Passwort. Und mit diesen Sachen können wir jetzt unsere Werte speichern beziehungsweise laden. Dafür gehe ich jetzt einmal hier dazwischen. Und zwar, wenn unser Error Punkt None ist, dann sind wir erfolgreich eingeloggt und dann wollen wir unseren Benutzernamen einmal speichern. Das können wir machen, indem wir auf unseren Keychain-Wrapper zugreifen, einen Punkt Standards machen und jetzt in eckigen Klammern einmal Punkt Key-User-Name machen und einmal jetzt unseren Wert rein speichern, in dem Fall den Wert aus unserer Variablen. Wichtig ist, oder als Info, Keychain-Wrapper ist relativ einfach hier zu benutzen, aber das nur für Werte, nur für einzelne Werte geeignet. Also man sollte jetzt hier nicht hunderte Objekte von drin speichern, sondern wirklich nur so einzelne Werte wie Username oder Passwort, weil es alles verschlüsselt wird und dann viel Performance kostet oder somit eher für einzelne Werte optimiert ist und nicht für viele Werte. Das Zeichen mache ich auch nochmal fürs Passwort. Das benötigen wir jetzt erstmal nicht, aber benötigen wir später für die Face-Ind-Einloggung. Deswegen speichere ich hier einmal schon mal das Passwort noch mit dazwischen. Das Ganze können wir jetzt auch einmal testen. Wir müssen den Username aber erst noch laden. Das können wir hier im Init machen. Und dafür können wir auch einfach auf unseren Keychain-Wrapper.standard zugreifen und einmal den Wert aus Key-User-Name rausholen. Wichtig ist, hier ist aber ein Optional, weil wir können ja beim ersten Login oder beim ersten Mal vom Starten der App ist hier noch kein Wert drin. Und deswegen mache ich hier einmal so ein Optional Wrapping mit einem leeren String, dass der Username leer ist ansonsten. Das Ganze können wir jetzt auch einmal testen. Dafür starte ich einen Simulator. Oh, wir haben hier noch ein Build-Fail. Und wir loggen uns jetzt erst einmal mit Nico ein. Jetzt das Passwort 123. Klicken auf Anmelden. Und wenn ich mich jetzt auslogge, wird unser Benutzername wieder vorgeblendet, weil er gespeichert werden konnte. Bei dem Gerät lösche ich jetzt einmal alle Daten. Das hätte ich vielleicht in einer anderen Reihenfolge machen können. Wir loggen uns einmal falsch ein, um zu sehen, ob das nicht speichert, wenn wir uns falsch einloggen, weil das wollen wir ja so haben. Dafür warte ich einmal, bis der Simulator installiert ist. Und wenn ich jetzt hier einen anderen Benutzernamen eingebe, zum Beispiel irgendwas und hier irgendwas, klicken auf Anmelden. Wir können es nicht einloggen. Wenn ich die App neu starte, wird der Benutzername nicht gespeichert. Wenn ich mich jetzt richtig einlogge und ich mich wieder auslogge, wird der Benutzername gespeichert. Und wir müssen noch das Passwort eingeben. Müsst ihr natürlich nicht so in eure App einbauen, das war jetzt hier mal so ein Ideenanstoß. Weil später, wenn ich jetzt hier einen Face-ID-Knopf mache am Ende, dann machen wir es ähnlich, dass wenn ein Face-ID übereinstimmt, heißt es, dass das der richtige Benutzer ist. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir jetzt immer nur einen Benutzer auch am Handy haben. Und wir können uns direkt einloggen, indem wir nicht nur den Benutzernamen, sondern auch das Passwort auslesen und dann an unseren Service schicken. Als nächstes machen wir jetzt hier einmal eine Fehlerbox hin. Wenn unser Einloggen nicht funktioniert hat, wollen wir hier einmal den Fehler ausgeben. Dafür mache ich, so wie bei den anderen Fällen auch, hier eine neue View. Private Structs. Errorbox View nenne ich das mal. Vom Type View. Und das Ganze hat VAR Body Sum View. Und wir geben hier erst einmal den Text aus. Und das Ganze hat einmal einen Error. VAR Let's Error. Ich mache hier VAR DRA. Ne, VAR haben wir schon. Ups, sorry. Das Ganze ist ein Login Error, den wir auch schon in unserem View-Model benutzt haben. Und wir geben hier einmal den Fehler aus mit Error Description. Description haben wir aber bei uns beim Error noch nicht hinterlegt. Das müssen wir erst noch hinzufügen. Dafür mache ich hier eine neue Property. Gets Return. Beziehungsweise hier kommt er ein Switchen mit self und einmal Case.non, wo ein Return von einem Empty String ist. Und wir machen einmal Case.invalid Password, wo wir zurückgeben, falsches Passport. Was habe ich vergessen? Ah, hier fehlt noch String. Ah, und hier fehlen noch gespeifte Klammern. So, jetzt sieht es schon mal was besser aus. Und hier fehlt ein Doppelpunkt. Jetzt haben wir alle Sonntagsfehler raus. Gehen wieder zurück zu unserer Login View. Hier sollte jetzt eigentlich der Fehler angezeigt werden können. Genau. Die Error Box zeigen wir jetzt unter unserem Passwort Feld an. Hier übergehen wir jetzt einmal unseren Fehler. Hier müssen wir auch kein Binding oder sowas draus machen. Wir können den Fehler da ja nicht bearbeiten. Ich überlege gerade nur, wie greifen wir darauf zu. Ich gehe darauf über die Login View. Hier holen wir uns den Error einmal raus. Der ist aber noch nicht Public da drin. Das heißt, wir gehen erst einmal noch mal zurück zu unserer Login View. Machen hier einmal Published war Error. Defaultmäßig ist es Login Error.none. Also kein Login-Felder. Und hier beim Login schreiben wir den Wert hier oben rein. Wir können jetzt auch noch eine Property machen. Show Error Box. Error Box. Oder Show Error. Oder Has Error is Error. Ich mache mal Has Error. Vom Typ Bullying. Und wir machen hier ein Return mit Error. Is ungleich None. Das brauchen wir nämlich jetzt gleich noch. Wofür werdet ihr sehen? Hier können wir nämlich jetzt die Error Box anzeigen. Problem ist aber, dass die Error Box ein bisschen Platz benötigt. Ihr könnt das hier vielleicht rechts sehen, wenn ich ein bisschen ranzoome. Wenn ich die jetzt einkommentiere, geht das ein bisschen weiter nach unten. Das möchte ich nicht. Ich möchte nur, dass die Error Box da ist, sobald auch ein Error vorliegt. Deswegen mache ich hier eine Abfrage auf Login View Punkt Has Error. Und nur dann, wenn der Fehler da ist, wird auch diese Fehler Box angezeigt. Ich gehe mal zurück in die Fehler Box, weil die sieht jetzt noch nicht so schön aus. Wir können mal hier ein Login Error explizit setzen. Ich mache mal hier raus ein Punkt Invalid Password, dass wir sehen können, wie das hier aussieht, ohne dass ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwas eingeben muss. Problem wäre auch, ich kann das hier nicht eingeben, weil dieser Keychain-Wapper im Hintergrund würde diese Preview zum Abstürzen bringen. Das könnte man auch nochmal mocken, beziehungsweise mit dem Dependency Inversion Principle abändern, dass das funktionieren würde. Mache ich aber mal ein eigenes Video draus, falls euch das interessiert. Ich würde jetzt den Rahmen von diesem Tutorial ein bisschen sprengen. Okay, die Frage ist, warum wird mir jetzt hier noch kein Text angezeigt? Achso, weil die Error Box nicht sichtbar ist. Das hätte ich jetzt nicht so nicht machen dürfen. Okay, kommentiere ich hier das gerade nochmal aus. So, warum wird jetzt hier kein Fehler angezeigt? Die Error Box sollte doch sichtbar sein. Na, ich dürfte hier das auch gar nicht sein. Ah, jetzt wird es angezeigt. Okay, der hat das nochmal überschrieben. Jetzt wird hier ein falsches Passwort angezeigt. Sieht aber nicht so schön formatiert aus, deswegen ändern wir das mal ein bisschen. Wir machen nämlich hier noch ein Hashtag darüber. Löschten das einmal raus. Schreiben das hier hin. Und machen jetzt ein Image davor noch. Beziehungsweise eher ein Icon. Und zwar das xmark.circle.fill. Und das Ganze machen wir auch noch rot mit foreground.color.red. Falsches Passwort. Das sieht jetzt schon mal was besser aus. Das können wir auch einmal testen an dem Simulator. Dann mache ich das wieder weg und ändere das mal hier so ab. Hier muss ich jetzt noch einmal wieder unseren Fehler übergeben. Aus unserem Login Viewmodel in Viewmodel.error. Starte ich einmal den Simulator. Hier haben wir jetzt noch Nico eingegeben. Ich mache jetzt einmal ein falsches Passwort. Und wir sehen, wir bekommen eine Fehlermeldung mit falsches Passwort. Wenn ich jetzt wieder 1, 2, 3 mache und ich auf Ausloggen gehe, ist der Fehler weg. Zurück zu Xcode. Das wäre jetzt auch soweit. Als nächstes mache ich hier oben noch ein Bild hin. Von unserem Firmenlogo zum Beispiel. In dem Fall ist das jetzt ein ausgedachtes. Dafür müsst ihr erstmal bei Assets ein neues Bild hinzufügen. Das könnt ihr einfach per Drag & Drop hier reinziehen. Also hier links in dieses Feld. Und das könnt ihr dann auch umbenennen, so wie ihr das wollt. Natürlich so umbenennen, dass ihr den Namen noch kennt und dass ihr den gleich aufrufen könnt, weil wir brauchen hier diesen Namen von dem Bild. Wir gehen nämlich jetzt in die Login-View wieder. Machen hier über dem User-Name einfach mal ein neues Private-Struct Login-Image vom Type-View. Und hier auch wieder war Body-Sum-View. Und hier machen wir nämlich jetzt ein Image rein. Und müssen jetzt den Namen angeben, welchen wir auch bei den Assets hinterlegt haben. Wichtig übrigens, falls ihr da Probleme habt, das wird aber auch Xcode anzeigen, ihr könnt hier am besten PNG oder JPEG-Bilder benutzen. Es werden potenziell nicht alle Bildformate unterstützt. Das Login-Image zeige ich jetzt einmal hier drüber an. Und zwar ganz hier oben über unserem Login-Input. Weil das Bild soll nicht im Login-Input drin sein, sondern einmal darüber, dass der Login-Input so abgekapselt ist. Jetzt sehen wir aber schon, das geht jetzt über das ganze Ding hier. Weil wir müssen dem Image noch sagen, dass wir die Größe überhaupt verändern können. Bevor wir jetzt weiter die Größe verändern, habe ich etwas detaillierter in meinem Image-Tutorial gezeigt. Dann können wir ein Scaled-to-Fit nämlich aufrufen, dass die Abstände richtig drin sind und dass das Bild nicht überlappt an den Seiten. Und können jetzt noch ein Frame hinzufügen mit der Größe 250 mal 250. Und jetzt haben wir auch schon unser Firmen-Dogo. Oder was auch immer ihr jetzt hier anzeigen wollt. Ich könnte jetzt auch irgendeinen anderen Login-Text machen. Zum Beispiel, hallo, willkommen zu meiner App oder so. Ich habe jetzt mal hier dieses Image gemacht von einem symbolischen Firmen-Dogo. Okay, soweit so gut. Als letztes kommt jetzt noch der Login über Face-ID. Ich habe einmal eine Klasse vorbereitet, beziehungsweise ich habe immer eine Standard-Klasse, die ich für alle Apps benutze, die ich mir einmal angelegt habe, die diese Face-ID-Unterstützung kann. Das ist nicht nur Face-ID, sondern auch Touch-ID. Und es geht über einen LR-Kontext oder Local Authentication-Kontext. Und ich habe hier schon mal alles Wichtige zusammengefasst oder mir eine Klasse gemacht mit den Funktionen. Und diese werden wir jetzt auch benutzen. Ich werde das jetzt hier nicht nachprogrammieren oder genauer erklären, weil es wäre auch nochmal ein eigenes Video wert und das geht schon recht lange. Alle Dateien hier aus diesem Projekt, auch diese hier, findet ihr auch auf meinem Discord. Das heißt, falls ihr das auch nicht nachprogrammieren wollt oder nicht abtippen wollt, könnt ihr euch die da auch kopieren. Ansonsten gehe ich hier einmal kurz durch, dass ihr euch das anhalten könnt und abtippen könnt. Und wenn ihr Interesse daran habt, wie das funktioniert, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten werde ich jetzt nur zeigen, wie man hier diese Klasse benutzt, weil das ist, glaube ich, wahrscheinlich am einfachsten, besonders für dieses Tutorial. Wir gehen nämlich jetzt einmal in unser View-Model und legen uns hier, so wie beim Login-Händler, einmal eine Variable an mit Biometric Authentication. Und die wird aber direkt im Gegensatz zum Händler nicht übergeben, sondern wir erstellen die direkt. Könnte man später auch irgendwie über ein Interface nochmal trennen. Habe ich bis jetzt aber noch nie gemacht oder eher selten. Und diese Klasse bietet uns jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und zwar können wir einmal ein Try-Biometric-Login machen, womit wir probieren, einmal uns über Touch-ID oder Face-ID einzuloggen. Und wenn das Ganze funktioniert, liefert uns das ein True oder ein False zurück. Wir bekommen den Typen zurück, womit wir uns einloggen können. Also zum Beispiel, ob unser Gerät Face-ID oder Touch-ID hat oder halt nichts von beiden, wenn es ein ganz altes Gerät ist. Und mit diesem Typen können wir uns auch später zum Beispiel ein Icon holen oder auch einen Text ausgeben, womit wir uns einloggen können. Breiten wir hier erstmal in unserem View-Model ein paar Funktionen vor. Und zwar machen wir hier uns auch eine Property mit Biometric-Type, worüber wir unseren Typen zurückbekommen, womit wir uns einloggen können. Und dafür mache ich jetzt auch einmal ein Return auf unsere Biometric-Authentication und rufe einmal Get-Biometric-Type auf. Das liefert uns das Ganze einfach nur zurück. Und ich mache jetzt auch nochmal eine Methode darüber, war Has-Biometric-Authentication. Ob wir überhaupt uns einloggen können via Touch-ID oder Face-ID. Dafür mache ich einmal ein Return hin vom Typ, ah, hier ist jetzt Boolean, sorry, Boolean. Und wenn nämlich unser Typ, muss dafür ungleich Punkt None sein. Sagen wir, der ungleich None ist, haben wir einen biometrischen Login, den wir dann auch benutzen wollen. Außerdem wollen wir diese biometrische Login-Funktion nur verfügbar haben, wenn wir einmal schon eingeloggt waren, weil ansonsten haben wir kein Passwort und keinen Benutzernamen lokal auf dem Gerät gespeichert. Deswegen müssen wir uns das auch einmal zwischenspeichern. Dafür mache ich hier oben auch eine private Variable, knownUser, welche standachmäßig auf false ist. Und diese wird auf true gesetzt, falls in unserem Init der Username ungleich einem leeren String ist. Dann wissen wir, wir waren schon mal eingeloggt und Face-ID sollte verfügbar sein. Und wir verschieben hier gerade nochmal ein paar Variablen, dass es etwas übersichtlicher ist. Das hier verschiebe ich auch einmal bis nach ganz oben. Ich mag das immer, wenn die Instanz-Variablen ganz oben stehen, dass man sieht, was verfügbar ist. Ich ändere hier diese Property jetzt noch einmal um zu Biometric Authentication Available. Und die ist nur dann verfügbar, wenn wir hier das überhaupt erst haben und wenn wir ein bekannter Benutzer sind. Deswegen mache ich hier einmal eine End-Verknüpfung dazwischen. Und das können wir jetzt gleich bei der UI abfragen, um unsere View für die biometrische Authentication anzuzeigen. Wir benötigen aber jetzt noch eine zusätzliche Login-Funktion. Und zwar nenne ich die jetzt einmal BiometricLogin. Diese gibt uns auch einen Login-Error zurück. Dafür füllen wir jetzt unser Passwort aus von unserem Keychain-Wrapper .password KeyPassword war das, glaube ich. Password. Und machen hier noch ein Unwrapping hin, falls es doch keins gesetzt sein sollte, dass das Passwort einfach leer ist. Und dann rufen wir die Login-Funktion einfach auf. Und der Rest passiert automatisch. Jetzt ist unser Benutzername und unser Passwort gesetzt. Zur Sicherheit, falls der Benutzer den Username irgendwie geändert hat in der Eingabe, mache ich das einmal hier rückgängig auf Username. Das heißt, die Eingabe würde zurückgesetzt werden. Hier muss aber dann noch KeyUsername hin. Und wir müssen jetzt hier einmal, bevor wir das Ganze überhaupt erstmal machen, ob wir richtig eingedockt sind. Dafür mache ich jetzt hier eine if-Abfrage. Dann Biometric, Moment, wie hätte ich das nochmal genannt? Biometric-Authentication. Punkt 2 Biometric-Login. Und wenn das Ganze klappt, dann rufen wir unsere Login-Methode auf. Andernfalls können wir jetzt hier einen Error-Typ zurückgeben. Wir können jetzt hier auch einen neuen angeben. Wir machen jetzt hier mal nicht in dem Valid Password, sondern Case. Ich mache jetzt einmal BA-Error für Biometric-Authentication-Error. Oder ich mache nur BA und mache jetzt hier bei Case einmal ein BA und mache hier einmal Problem mit Face-ID. Wir können jetzt auch was anderes schreiben, das ist jetzt nur Symbolhaft, weil es könnte jetzt auch Touch-ID ein Problem sein. Dann gehe ich einmal wieder zurück und rufe jetzt auch schon mal die UI wieder auf, wo wir das Ganze jetzt anschließen werden. Und zwar werden wir das hier, ich kann mal den Canvas auch wieder einblenden. Und zwar machen wir hier links neben dem Button unseren biometrischen Login-Button. Dafür mache ich hier einmal eine F-Abfrage und jetzt gehe ich auf unser Login-View-Model, greife jetzt auf Biometric-Authentication-Available und wenn das Ganze verfügbar ist, wollen wir diesen Button anzeigen. Dafür schreibe ich nochmal Button, eine Action rein, das Label machen wir hier drum und hier machen wir jetzt einen Methodenaufruf und zwar genau das gleiche wie hier, nur machen wir hier nicht Login, sondern Biometric-Login und der Rest sollte jetzt eigentlich automatisch funktionieren. Wir testen das gleiche natürlich auch noch und ich mache hier unten eine Private-Structs-Biometric-Button hin, Button-View, View und hier zeigen wir jetzt unseren Button an. Wir machen hier noch einmal eine Variable, Biometric-Type, Biometric-Type und einmal Var-Body-Sum-View. Hier oben brauchen wir wieder kein Property-Wrapper, weil sich dieser biometrische Typ nicht innerhalb dieser View ändert, sondern wenn, dann wird er von außen neu übergeben, die View muss dann so oder so neu geladen werden, deswegen brauchen wir es hier nicht. Hier mache ich jetzt einmal ein Hashtag mit einem Image mit System-Name, Biometric-Type.get-Icon-Name, der macht uns das schon automatisch und ich mache hier einmal ein Text daneben mit Biometric-Type.get-Text. Bei dem Image machen wir noch einmal Resizable, das ist von der Größe, passt beziehungsweise bei dem Icon und machen einmal ein Frame mit einer Width und einer Height von jeweils 50. Den Button werde ich jetzt hier einmal reinsetzen. Hier übergebe ich jetzt unseren Biometric-Type, der kommt aus der Login-View, Login-View-Model meine ich natürlich und hier haben wir einmal Biometric-Type. Ich mache jetzt hier noch ein Padding mit Punkt Leading, das links ein bisschen Platz ist. Ich hatte hier eben auch ein Padding Punkt Trading bei dem Anmeldeknopf hinzugefügt, das rechts ein bisschen mehr Platz ist. Ich hatte aber noch nicht auf Aufnahme gedrückt, deswegen hattet ihr das ähnlich mitbekommen. Soweit so gut. Testen wir das Ganze einmal, ob alles funktioniert, wie ich das mir vorgestellt habe. Dafür starte ich einmal den Simulator und ich gebe jetzt hier erstmal Nico ein mit 1, 2, 3. Klicke auf Anmelden. Das funktioniert und wenn ich jetzt auf Ausloggen gehe, bin ich jetzt schon einmal eingeloggt, das heißt, der kennt mich schon, wenn ich das auf Face ID drücke, müsste ich mich via Face ID anmelden können. Stimmt, ich hatte was Wichtiges vergessen. Stimmt, ich hatte was Wichtiges vergessen. Wenn wir Face ID benutzen, müssen wir einen Key in unsere Info-P-List reinschreiben. Ich gehe hier einmal in unsere Info-P-List und hier können wir einmal auf das Plus gehen und können jetzt hier einmal einen NS Face ID Usage Description hinzufügen. Hier unten so wird das geschrieben oder ihr tippt hier Privacy-Face ID Usage ein und wir müssen hier einmal einen Grund hinterlegen, wofür wir das benötigen, zum Beispiel für App-Login. Ohne das Ganze sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich starte es nochmal. Ich bin jetzt hier eingeloggt und wenn ich jetzt auf Face ID gehe, ich bin gerade mal auf mein privates beziehungsweise auf mein echtes iPhone gegangen, weil hier an dem Simulator funktioniert das leider nicht. Deswegen blende ich euch das ein. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Da ich nicht so oft mit Face ID arbeite, gibt es hier eigentlich nichts, weshalb ich nicht wüsste, warum das nicht funktionieren sollte. Aber ich zeige es euch hier auf meinem echten iPhone. Wenn ich jetzt auf Face ID drücke, da kam zuerst noch eine Warnung oder eine Meldung, dass das Gerät auf Face ID zugreift und ob es das darf, da muss man dann OK drauf drücken. Und sobald ich dann auf OK gedrückt habe, funktioniert auch der Face ID Login. Dann bedanke ich mich einmal fürs Zuschauen von diesem Tutorial und im nächsten Video schauen wir uns einmal an, wie wir einen REST Service im Hintergrund haben. Abonniert dafür gerne den Kanal. Alle Dateien findet ihr auf meinem Discord, ist im angepinnten Kommentar unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.